Freunde, das Moise-Game geht weiter, die Moismeter, und zwar äußert sich jetzt hier Maestro, der auch als der Mois-Zerstörer in dem letzten Jahr bekannt geworden ist, zu dieser ganzen Thematik, anscheinend soll er bedroht werden, einer, der bedrohende Mois, das finde ich interessant, da gehen wir rein und hören uns an, was ein Mois zu berichten hat, ein Mois, sag ich, ein Maestro, warum müssen die beiden mit Emma? Da bin ich schon wieder verwehrt. Los geht's! Seid diese angeblichen Verhaftung... Vielen, vielen Dank für das Kompliment an der Stelle, vielen, vielen Dank, ist eines meiner aufwendigsten, beziehungsweise, ich würde sagen, das beste Video, das ich je gemacht habe, der Maßstab war nicht so hoch, aber vielen, vielen Dank, weiß ich sehr zu schätzen, vielen, vielen Dank, Ehrenkaiser an der Stelle, Ehre. ...hatte dann ein neues Management die Seite von Mois übernommen und hier zahlreiche Storys geschrieben, zwischendurch trat noch ein dubioser angeblicher... Da dürfen wir nicht vergessen, haben wir ja gestern herausgefunden, ich glaube, das war Papayasaft, ne, genau, da haben wir herausgefunden, dass das Management am selben Tag, wo diese ganze Thematik diskutiert worden ist, seinen Instagram-Account erstellt hat, so. Also, also, maximal seriös an der Stelle, ne, also, wegen diese ganzen Informationen nehme ich natürlich sehr ernst und fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr aufgeklärt, wenn das Management hier, äh, Aussagen tätigt, so, ganz wichtig. Anwalt aufs Spielfeld und schrieb wilde Kommentare unter einem Mois-Reel, laut dem Mois-Management soll es... Äh, Maestro selbst ist aber auch lost, nicht vergessen, dass er auch ein Feminismus-Video hat, was auf T-Tech-Niveau ist. What the hell? Paria? Oh, no. Oh, come on. Ja, gut, dann habe ich auch keine Empathie für den. Was auf jeden. ...sich hierbei aber um einen Fake-Account der Chieno-Fraktion handeln und so wirklich durchblicken kann man mittlerweile einfach überhaupt nicht mehr. Und rein in dieses absolute Chaos meldete sich jetzt plötzlich gestern Maestro. Vor einem Jahr war Maestro von seinem ehemaligen Best-Buddy Mois auf dem Track Bratza Brata mit einerlei negativ bedacht worden. Er hatte sehr viel mit Mois zu tun, da kann man nur komisch werden. Erstmal das und ich würde auch behaupten, dass man schon auf eine gewisse Art unterwegs sein muss, um mit Mois zu tun zu haben, so. Also, ich glaube, ich glaube, Mois würde nicht einfach so mit ganz normalen Menschen chillen. Mit normal meine ich Leute, die nicht mindestens ein- bis zweimal mit Vollgas gegen die Wand gelaufen sind, weil sonst würden die Mois ja nicht ertragen. Also, ich kann keine drei Sekunden Mois reden hören, ohne mit dem Kopf zu schütteln. Und wenn du den die ganze Zeit um dich herum machst, dann kriegst du ja die Nackensperre. Deswegen, da muss man schon ein bisschen unterwegs sein, um mit Mois chillen zu können und die haben ja lange zu tun gehabt, so. Ich kenne die alle nicht, so. Und ich bin auch nicht traurig drum, so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man da schon ein bisschen einen ordentlichen Hackmich haben muss, so. Eieiei. Und ein paar gegenseitige Statements. Und alle, alle Maestro-Fersen so. Ja, juckt mich halt nicht. Komma und wein halt leise. Später entwickelte sich daraus ein heftiges Hin und Her an jeweils ellenlangen Videos mit zig gegenseitigen Vorwürfen, welche aber allesamt mittlerweile nicht mehr online sind. Das Ding war... Aber jetzt so meint ich, ist das Leon Lovelock. What the hell? Emotional Damage! So schlimm, oder was? So schlimm, Maestro verteidigt auch UpRed und Leon Maché und nennt andere Mobber. Der soll... Ey, machen die Lackfabriken wieder Überstunden, oder was hier los? Ja, ich brauch so ein Luck-Emoji. Und der Witz, was ist da denn los? Ja, und dieser arme, dieser arme UpRed, er verliert vor Gericht, weil er ewig viel gelogen hat. Und jetzt kann er sich nicht mal die Gerichtskosten leisten, ne? Diese armen, diese armen Menschen, die ihm... So einmal heftig hochgekocht, dann hatte man jetzt aber in den letzten Monaten nichts mehr davon mitbekommen. Bis nun Maestro gestern plötzlich das hier in seine Story schrieb. Menschen aus dem Umfeld von Mois versuchen, mich und meine Familie zu bedrohen, mich einzuschüchtern, dass man zu mir nach Hause kommen wird, etc. Der Grund ist, dass ich mich weigere, ein von ihnen vorgeschriebenes Statement zugunsten von Mois zu posten. Ich habe mehrfach gesagt, ich habe mit dem Thema abgeschlossen und habe nichts mehr damit zu tun. Ich will mich auch nicht mehr reinziehen lassen. Ich mache meinen Content seit langem unabhängig von all dem. Mein Content dreht sich um Palästina, Sozialkritik, Islam, Frieden, Liebe und Freude. Mit den ganzen Negativitäten und dem ganzen Streit habe ich nichts zu tun. Ich habe gerade meine Umrah hinter mir... Ich hoffe, er lässt das mit der Sozialkritik. Also, wenn ich das so lese, dann hoffe ich wirklich, dass er das mit der Sozialkritik zugunntlich lässt. ...und es ist der Monat Ramadan, wo man versucht, mich damit einzuschüchtern und zu bedrohen, dass man zu mir nach Hause kommt, wo meine Frau und mein Kind wohnen. Und das, obwohl ich trotz noch so vielen Dingen, die ihr nicht wisst, meinen Mund gehalten, mit allem abgeschlossen und den friedlichen Weg eingeschlagen habe. Deswegen schreibe ich das hier bewusst in meine Story für jeden zum Mitlesen. Ich habe mich noch nie und werde mich weder unterdrücken noch einschüchtern lassen. Allah ist an meiner Seite. Ich habe niemandem Unrecht getan und werde mich auf diese Filme nicht einlassen. Bitte zwingt mich nicht, zur Polizei zu gehen und alles öffentlich zu machen. Bitte lasst mich einfach in Ruhe. Ich habe mit all dem nichts zu tun. Nach diesem Statement von Maestro entwickelte sich dann ein ordentliches Hin und Her zwischen Maestro und dem wohl neuen Management von Mois, bis auf das ganze Ding dann irgendwann anscheinend der Deckel drauf gemacht wurde und es schneller wieder vorbei war, als man gucken konnte. Bitte? Aber kurz. Gangster-Rapper brauchen Rücken. Playlist-Rapper brauchen Ghostwriter. Muskeln brauchen Power. Egal wie ihr eure Muskeln mit Power versorgen wollt, bei Sekplus ist alles am Start. Kreatin-Monohydrat-Pulver, Kreatin-AKG-Kapseln, Kreatin-HCL-Pulver und mit dem Code RAP10 gibt es alles auch noch mit... Oder was zur Hölle, wie viel Kreatin willst du denn haben, Alter? Ich wusste nicht mal, dass es so viele unterschiedliche Arten Kreatin gibt. Wenn er dir halt Kreatin-Monotiv-Was-Was-Was-Ich-Was rein, dann bist du durch damit. What the hell? Wieso gibt es so viele unterschiedliche... Das ist mir eigentlich auch nicht mal. ...10% Rabatt. Zagendhaft. Ja, äh... Auf das Statement von Matthias Clemens ist es auch... Er ist auch eine Persönlichkeit. Ist auch eine Persönlichkeit. Das ist richtig. Ja, äh... Maestro reagierte das Management von Mois, indem sie in die Story von Mois schrieben, zu dem Statement des neuen islamischen YouTubers. Es fand ein Telefonat statt. Das ist Fakt. Es war ein Treffen von Angesicht zu Angesicht geplant. Jedoch kam es dann nicht dazu und es gab ein Telefonat, in dem Maestro erst mal 30 Minuten lang ausgeholt hat und seine Sicht der Geschehnisse geschildert hat, um am Ende... Zu dem Statement des neuen islamischen YouTubers. Was soll das? Wenn du den Namen sowieso nennst und alles, dann nenn ihn doch von vornherein, Alter. Hä? Hä? Und dass dieses Ganze, ne? Dieses Ganze hin und her, hier kackt, so, ne? Vom Management, so. Das ist so unseriös, wie es im Buche steht. Also es gibt, es gibt wirklich... Es gibt kaum unseriöser als das, was hier an den Tag gelegt wird. So, das ist halt so heftig und unglaublich. Alles, was da, alles, was da um Mois herum passiert, ist so unglaublich cringe. Das ist so unglaublich... New Donation from Lord Escape. Ich bin ehrlich, manchmal glaube ich, die beiden sprechen sich ab. Ja, das kann ich auch vorstellen. Erst pfiffen und plötzlich ist alles gelöscht und vergessen. So ist eins. Ohne Witz, das ist alles so ein kranker Fiebertraum. Ich kann mir das auch schon fast vorstellen, dass die alle an einem Tisch sitzen und sich denken, ah, wie können wir das hier plotten, sodass wir alle davon profitieren und einfach mal ein bisschen Beef einzetteln. Also ohne Witz, das ist halt so ein Kinder-Cringe-Fest. Das kannst du ja nicht ausdenken, ohne Witz. Das ist ja 100% von der KI geschrieben. Also das ist halt so. Zu sagen, ich bin Muslim und habe deswegen alles hinter mir gelassen, was mit Mois zu tun hat. Mit keinem Wort wurde er bedroht oder eingeschüchtert. Andere, die bereits mit unserem Team in Kontakt getreten sind, können bestätigen, dass wir respektvoll in Kontakt treten mit den Menschen und lediglich an die Vernunft appellieren. Hier wurde explizit auch erklärt, dass wir uns erst eingeschaltet haben, als Lügen ein Ausmaß angenommen haben, dass der Familie, also privaten Personen, geschadet wurde. Und auch hier haben wir klar betont, dass er sich nur zu Begebenheiten äußern soll, die klar gelogen sind, welche er auch zugegeben hat. Jedoch wollte er nicht wieder in die Bubble hineingezogen werden und wollte auch nicht am neuen Format teilnehmen. Dann mahnt den doch ab, wenn ihr euch im Recht seht. Was ist das für ein dummes, inhaltloses, unkonsequentes Gelaber? Mahnt den doch ab, wenn ihr euch... Dafür gibt es den Rechtsstaat. Mahnt den doch ab, wenn ihr ein seriöses Unternehmen seid. Er hat auch die Chance bekommen, sein Geld wiederzubekommen, wenn er die Schulden beweisen kann. Auch dies lehnt er dann mit der Begründung ab, er sei Muslim und habe sein Hak Hilal gemacht. Zu der Tatsache, dass Schieno ihn überreden wollte, an den Lügen teilzuhaben und mitzumachen, wollte er sich auch nicht äußern. Nun die Frage hier auch an alle Communities. Wäre es nicht gerade als aufrichtiger Muslim deine Pflicht, sich zu lügen, zu äußern? Erst recht, wenn die anderen erheblich schaden? Und mal nebenbei gefragt, jeder behauptet... Ohne Witz, es klingt halt wirklich, als hätte da jemand ein spätpubertierendes, mal einen Text auf passiv-aggressiver Basis in die Kommentarleiste reingeböllert und dann einfach nur auf KI generieren gedrückt, so. Also, und dann hier nochmal so, nur die Frage hier an euch, an alle Communities, so. Bro, was ist das denn, Alter? Du bist, also, weil die haben ja behauptet, das Management hat das übernommen, so. Den Account von Mois, so. Niemand, also ich kenne Managements. Ich kenne auch Besitzer von Managements, so. Niemand, niemand, niemand wird so schreiben. Du würdest nie wieder irgendwo ernst genommen werden, wenn du solche Texte in den Storys im Namen deines Managements raushauen würdest. Alter, das ist unseriös dein Urgroßvater. Nur wenn du Anfang 20 vielleicht nicht mal spätpubertierend bist, dann glaubst du vielleicht, dass du da irgendwie krasser Systemdribbler, weil du jetzt hier den großen bürokratischen Sprech rausholst. Sonst tust du nicht. Das ist peinlich als fuck. Ohne Witz. Es ist cringe. Es ist so derbe Cringe. Und es ist halt offensichtlich, dass es... Es wirkt halt wie, ich mach jetzt auf seriös, bin es aber eigentlich nicht, weil ich nicht weiß, was das bedeutet. So, das ist halt... Es ist halt Todes-Cringe. Todes-Cringe. ...Geld bekommen zu müssen. Wieso weigern sich diese Leute offen, darüber vor der Kamera zu diskutieren, wenn man ihnen anbietet, ihr Geld zu zahlen, wenn sie wirklich im Recht sind? Wir... Allein der Text. Allein der Text. Und nebenbei gefragt. Jeder behauptet, Geld bekommen zu müssen. Wieso weigern sich diese Leute offen, darüber vor der Kamera zu diskutieren, wenn man ihnen anbietet, ihr Geld zu zahlen, wenn sie wirklich im Recht sind? So funktioniert das nicht. So funktioniert Geschäft... Tagesgeschäft nicht. Ne, wir müssen jetzt face-to-face von der Kamera diskutieren, wer, wo, wann, welche Zahlung kriegt. So, oder? Und dann hier so ein... Ja, ne? Bildet euch mal eure eigene Meinung anhand der Informationen, die ich euch hier gebe, da ich hier die Deutschlandshoheit habe mit der Reichweite und der Bubble, in der ich mich hier bewege. Bildet euch mal eine eigene Meinung. So funktioniert das nicht. Bildet das nicht. So, wenn... Wenn Leute... Wenn Leute der Meinung sind, dass sie recht... Im Recht sind, gerade Unternehmen, die ja nicht als Privatperson auftreten, dann können sie ihr Geld doch... einklagen. Abmahnen. Oder halt... Ihres im Allgemeinen juristische Schritte einleiten. Das ist ja... im... deren gutes Recht. Und hier so ein... auf... auf... Beef-mäßig, so das... wie Influencer, so... Das ist halt... brutal cringe. Das ist das... Management von Mois. Das Management von Mois. Das Bild fängt das gut ein. Das Management von Mois. Das trifft sehr gut. BTF. Mh... Digga, die posten... Die posten... Ist das aktuell? Warte, wann ist der treat? Vom zweiten. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das auch am selben Tag gepostet wurde. Aber da wurden... WhatsApp-Verläufe gepostet in die Story. Welches Unternehmen postet WhatsApp-Verläufe in die Story? Mal for real. Welches Unternehmen postet Verläufe in die Story? Die sie mit anderen haben, so... Nicht mal... Also... What the hell? Das ist alles so unglaublich unseriös, ne? Warum ist alles, was Mois betrifft, maximal unseriös? Warum ist das so? Verstehen es nicht. In einer weiteren Story an Maestro wird dieser dann zu einem Gespräch vor der Kamera eingeladen und gesagt... Leonie. Leonie. ADM1-Ral-Hipster-Cheert-X100 Bestimmt sitzt ApoRed in Mois-Management-Kappa. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Vielen Dank für die 100. Ich lehre und die. Okay, morgen eine Villa und Fahne dann von dem Verkäufer, dass er mit mir online diskutiert, wieso ich ihm das Geld dafür geben sollte. Die Vibes kriege ich da. Genau die Vibes kriege ich da. Das kannst du doch keinem erzählen. Mois sagt, auch Maestro habe einer Familie mit seinen angeblichen Lügen geschadet. Weiter wird Maestro Heuchelei vorgeworfen und er wird ermahnt, das Falsche richtigzustellen. Zusätzlich wird dann später noch geschrieben... PS, der Gang zur Polizei steht dir natürlich frei und wir bitten sogar explizit darum, denn sollte was an Einschüchterung und Bedrohung dran sein, wäre das die erste Anlaufstelle gewesen und nicht ein Post auf Instagram, um Mois noch mehr zu schaden. Und außerdem wird in den Raum gestellt, dass Maestro offenbar an einem Video gegen 4Bro arbeiten würde. Und viel Erfolg bei deinem Video gegen 4Bro, in dem du wieder deine Freunde nutzen möchtest, um dein falsches Verhalten und deine Fehler zu vertuschen und Druck auszuüben. Auch hier haben wir dir angeboten, es in einem persönlichen Gespräch mit dem Manager zu lösen. Aber du hast darauf bestanden, ein Video draus zu machen, welches du sehr gerne machen wirst. Hier sieht man auch, dass du lediglich Mois schaden willst. Nun hast du dir aber nicht vorstellen können, dass Mois... Ey, was ist das? Ey, was ist das? Lord Escape cheert X100? Naja, das Management muss ja genauso shady sein wie er selbst. Kein seriöses Management würde freiwillig mit ihm arbeiten, Kappa. Stimmt, stimmt. Wenn man sich mal anguckt, mit wem er sonst so alles gearbeitet hat und wie er es geendet hat, so... Stimmt. Halt echt, ey... Nicht, dass Mois Killinge ein Männchen bei Maestro macht. Ah, also es scheint so eine Definition von unseriös. Also sein Management, ne, macht jetzt hier auf Instagram-Stories so den Ankündigungshasen. Das ist halt so peinlich, Mann. New Donation from Leonie unterstrich 0845 Die drei menschlichen Naturgesetze Erstens, alles was Kappador sagt, ist gelogen und sagt er die Wahrheit, wird sie automatisch zur Lüge Zweitens, alles was Mois macht und sagt, ist maximal unangenehm Drittens, Thomas wird einsam sterben, eins Das ist das, das sind die Naturgesetze Vielen Dank für die eins Das sind die drei Naturgesetze um die sich die Welt dreht So nämlich ...eus nun alles aufräumen und klarstellen wird Wir sind die einzigen die offene Diskussionen mit allen Beteiligten suchen Ja Wenn ihr im Recht seid, dann kommt tretet doch mit euren Beweisen vor die Kamera Einerseits wird er gefrontet Vielen Dank für die eins Einerseits wird er gefrontet dass er ja Sachen öffentlich in Videoform veröffentlicht will oder dass andere das auch gemacht haben und andererseits Ja, komm doch nach vorne und zeig doch die Beweise vor der Kamera Digga, was ist da Also Das ist alles so unangenehm Statt Freunde und Kanäle zu nutzen und ist auf eine ekelhafte Art und Weise für Promo und Klicks zu tun Maestro wiederum reagierte darauf dass dem Vorwurf der Bedrohung ja widersprochen worden war indem er einen WhatsApp-Chat-Verlauf postete wo ihm darauf, dass er sagte er wolle sich nicht einmischen geschrieben wurde Ich bin morgen dort in der Nähe Wir sollten uns persönlich unterhalten Auf die Aussage von Maestro dass er sich mit niemandem treffen wolle und sollte jemand zu ihm kommen er sofort die Polizei rufen und das Thema öffentlich machen wolle heißt es dann als Antwort Mach das und Die Option mit dem Post ist dann raus Wir klären das dann anders Bis morgen Maestro schreibt hier dann so in seiner Story Das freundliche Management Nachdem es schon zuvor mittags am Telefon hieß Wir wissen wo du wohnst und du willst doch nicht dass ich plötzlich vor deiner Tür stehe Und außerdem schrieb er Werde mich zu all dem auch nicht mehr äußern Das glaubt denen halt niemand dass das ein echtes Management ist Weil es Kindergarten ist Erwachsene Männer Die damit drohen zur Familie des anderen zu fahren Und die Als es dann öffentlich wird ein Internetbeef daraus versuchen zu machen Hab seit einem Jahr nichts Negatives zu meucht gesagt Sogar positiv geredet Bei 10 unangenehme Fragen an Maestro Und sogar mein Hack Hilal gemacht Also leg ich ihr Schuld verziehen Hab die Videos rausgenommen Jani die kommen nach all der Scheiße nochmal zu mir Der so viel runtergeschluckt hat Und offensichtlich nichts mehr mit diesem Umkreis zu tun haben will Und sein Leben komplett geändert hat Und wollen mir wieder Kopfschmerzen machen Und wieder im Monat Ramadan Schämt ihr euch nicht? Letztes Jahr Vier Tage nach der Geburt meines Sohnes Kam der Diss von Mois Plus das tagelange Gerede auf TikTok Ein Jahr später Wieder im Ramadan Fünf Tage nach seinem ersten Geburtstag Wieder dieselbe Scheiße Kannst du dir nicht ausdenken Ich weiß nicht ob euch bewusst ist Dass ich ein paar der schlimmsten Dinge Nicht mal erzählt habe Ich weiß nicht ob Mois weiß Dass ihr gerade jemanden provoziert und bedroht Der aus Anstand vieles weggelassen hat Ich versuche es ein letztes Mal Bitte bringt mich nicht dazu Lasst mich und meine Familie in Ruhe Ich will nichts mit euch zu tun Ich hab da aber auch schon üble Sachen gehört Auch schon echt üble Sachen Hinter den Kulissen ist Mois schon irgendwie Ja, ganz unangenehmes Gesprächsthema Die Mois-Seite wiederum reagierte einerseits In dem eine weitere Nachricht Aus diesem WhatsApp-Chatverlauf Mit Maestro gepostet wurde In welcher es dann von der Mois-Seite Noch heißt Du willst also nichts mit der Sache zu tun haben Und kannst kein Statement geben Aber um ihm zu schaden geht es Und du kannst in der Bubble landen Statt für Lügen aufrecht zu stehen Und dich dazu zu äußern Kannst du für Promo deine Weiter geht's da nicht Und weiter schrieben sie dann In dem Mois-Story noch Wir werden an dieser Stelle auch ein Ende setzen Da dieser Heuchler sich nun offenbart Es ging alles von ihm aus unserer Meinung nach Und es ist merkwürdig Dass alle aus seinem Umfeld Erst die Sachen so groß gemacht haben Es wird weder versucht Leute einzuschüchtern Noch zu bedrohen Und wir setzen uns ein Um Familie rauszuhalten Das wurde im Telefonat Mehrfach auch genauso gesagt Wir wünschen seiner Bruder vertrauen mir Basis Familie das Beste Und hoffen Dass er auch genauso An die Familie von Mois denkt Wir sprechen hier außerdem Ausschließlich als Management Mois hat seinen Frieden mit Das ist super unangenehm Das ist so unglaublich unangenehm Dass sie hier ausschließlich Als Management sprechen Er ist so geschlossen Und sein Hack helal gemacht Wir sprechen hier nicht für Mois Er wird sich zu dieser Thematik Auch nicht mehr äußern Und lädt jeden Zu seinem neuen Format ein Sag es mir in mein Gesicht Zuletzt zeigten sie dann Noch eine Nachricht Von offenbar Mois An Maestro Vom 9. März In welcher Mois Maestro Angeboten hat Werbung für seine neue Marke Zu machen Und ihm sagt Er habe ihn nicht blockiert Und selber schrieben sie dazu Noch Sehr böse von Mois Der Chat von eben zeigt schon Dass du Dinge drehst Und wendest Wie es dir passt Niemand hat deiner Familie Oder dich bedroht Du sollst lediglich Zur Wahrheit stehen Maestro wiederum postete Wenig später in seiner Story Ich weiß ihr seid Verwirrt Ich schwöre euch Ich bin auch verwirrt Alles wiederholt sich Vor etwas über einem Jahr Habe ich mehrfach zu Alim gesagt Lass mich bitte in Ruhe Wenn das Ganze öffentlich platzt Wird's nicht schön Es wurde nicht gehört Am Ende wurde es online ausgetragen Es endete unschön Für alle Jetzt sage ich erneut Lasst mich bitte raus Aus euren Sachen Das ist hier Hier ist der Beweis Das ist eine toxische Beziehung Das ist der Beweis So sieht eine toxische Beziehung aus Ich hab dir doch schon tausendmal gesagt Ich will dich nicht mehr Lass mich in Ruhe Ein Jahr später Über drei Ecken Na wisst nicht Aber doch nochmal mit uns chillen So und dann kommen Und ja Der will gar nicht mit uns chillen Der Der eigentlich Wir die Die Du bist trotzdem irgendwie Mitten wieder drin Und alle reden über Das ist halt Dinger ohne Witz Was ist das denn Was ist das denn Als würden die Als würden die einfach versuchen Der Gesellschaft zu zeigen Wie toxische Beziehungen funktionieren Das ist so brutal cringe Also Nicht mal Nicht mal in diesen ganzen Klicken Dynamiken In der Schule War das so unangenehm Und vergleichbar peinlich Was ist denn das Einfach Management und Mäusen Und die Rapszene Im Allgemeinen Oder sowas Unter die Meinungsblogger Gegangen Oder wie What the hell Ich will nichts Von keinem von euch Und ich wiederhole Alle Chats Alle DMs Alle Memos Videos Bilder Dokumente Kontoauszüge Zeugen Alles habe ich doch Immer noch Und ihr wisst ganz genau Dass ich nicht blöffe Sondern Wahrheit spreche Was macht das für einen Sinn Das Ganze Aber für euer Herz Sagt mir gerne Was ihr alles bewiesen Haben wollt Sagt mir genau Welche Punkte Von mir Gelogen sein sollen Aber wundert euch nicht Wenn ich dann Einfach alles Offenlege Damit nicht nächstes Jahr Noch jemand droht Vor meine Tür zu kommen Machen wir einfach Klartisch Alles auf einmal Okay Ihr sagt ja Ich sei ein Heuchler Und ein Lügner Ziemlich große Anschuldigung Ich glaube Niemand versteht mir Irgendwas hier Ich glaube Nicht mal Mal jetzt Was hier abgeht Das ist halt einfach Ein großer Schwurbler Topf Habe ich genug Gründe Mir alles von der Seele zu reden Was passiert ist Und alles offen zu legen Aber dennoch Möchte ich euch Ein letztes Mal Option B anbieten Nehmt meinen Namen Nicht in den Mund Lasst mich in Ruhe Mit eurem streiten Und beleidigen Und drohen Und all das Ich hab nichts mit euch zu tun Es liegt bei euch Und das soll auch jeder wissen Damit sich hinterher What the hell Ach lol Ding ist halt zensiert Heute auch französisch What the hell Unzensiert Danke für die Eins Aber warum einfach Französisch What Unzensiert Was ist da los Alter Vielen viel Dank Aber was war das gerade Bitte Keiner beschwert Wenn dunkle Themen Aufkommen Daraufhin Passierte dann Mehrere Stunden Nichts mehr Bis das Ding Plötzlich offenbar Tatsächlich im Hintergrund Zugemacht wurde Denn Maestro Postete dann Ich habe gerade Mit einem anderen Manager Von Mois telefoniert Er war traurig Dass das Ganze so ein Ausmaß Angenommen hat Deswegen haben wir uns entschieden Wie bereits von mir vorgeschlagen Den versöhnlichen Weg zu wählen Ich mache inzwischen Ganz anderen Content Was ist das denn? Was ist das alles, Alter? Was ist das alles, ey? Was wichtiger ist Als all das Und möchte mich Von all diesen Streitigkeiten Raushalten Das respektiert Auch das Management Von Mois Und sein Umfeld Und mir wurde zugesichert Dass ich in Zukunft Auch nicht eingemischt werde Möge Allah Uns alle recht leiten Einen schönen restlichen Ramadan Euch allen Die Mois-Seite Repostete diese Story Von Maestro Und schrieb außerdem noch hinzu Wir sind froh Dass Missverständnisse Beseitigt werden konnten Und sind für Versöhnungen Immer bereit Missverständnisse Wie es auch Maestro Und Mois Sich gewünscht haben Von Mois Liebe Grüße Und alles Beste Für deinen Weg Und so schnell Konnte das Ding Dann tatsächlich Offenbar auch wieder Geklärt werden Von daher Hau da rein Das ist doch mal Eine positive Nachricht Was ist das denn Was ist das für ein Fieber drauf Es wird jedes Mal schlimmer Es wird ja jedes Mal schlimmer An der Stelle brauchen wir Ein Algorithmus Aktivierungskommentar Und zwar Worbler Sandwich Das ist das ganze Kann man auch sagen Das ist Was Mit Das 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 ist das ganze Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020